Hallo, ich bin der Arne von Kreiz32 und mich hat dieses Gerät hier interessiert, weil ich beim Habu gesehen habe und ich hätte einfach Lust darauf, mit diesem Gerät mal Projekte zu machen. Deswegen bin ich auch hier und habe mir es mal angeschaut. Ich muss sagen, es ist ein sehr geiles, wertiges Gerät und die Qualität, wie die Nägel eingeschossen werden, ist wirklich richtig gut. Gefällt mir sehr, sehr gut.